Hier ist Gartenvideo.com Nochmals der QR Code Garden Hier die einzelnen Elemente des Gartens dekonstruiert in der Mitte wie gesagt der QR Code und dann rechts und links liegen die einzelnen Elemente des QR Codes sozusagen herum hier Huxus in Topiere Form geschnitten das Deep Palace Indianer, das Gras in der roten Umrandung die sind hier wie heruntergefahren sozusagen von der QR Code Wand dann Taxus Bacata auch als Topiere geschnitten Im Hintergrund die grüne Wand wunderschön strepturiert aus Schlüsselblümchen Primula vulgaris alba und der Bubikopfpflanze Die wunderschöne grüne Struktur an der Wand haben wir an verschiedenen Orten an der Chelsea Flower Show gesehen dass der Garten nun auch vertikal wird und sei es als QR Code